Oh nein, sie geht unter, sie geht unter. Ich muss da hinklettern. Ich muss da sofort hin. Oh nein, Leute, habt ihr das gehört? Oh mein Gott, der Ast ist geknackst, das ist morgens Holz. Leute, wenn ich mich jetzt bewegt, falle ich hier in diesen Strömen in den Flairagfluss. Oh mein Gott, ich muss sofort Jim, Wilde und Rose anrufen. Die müssen Hilfe schicken, die müssen mich retten. Ich muss scheiße auf die Partiefernsehen. Hä, wer muss denn alles kennen? Ich brauche sofort eure Hilfe. Ja, was ist denn passiert? Ja, was ist? Ich bin am Ufer des Jaragflusses und ich falle gleich ins Wasser, der Ast ist gebrochen. Wenn ich mich mehr bewegt, dann stürze ich rein. Was? Das fällst du nicht. Du fällst fast in den Jaragfluss? Nein. Wie fällst du? Oh mein Gott, wie kann das passieren? Wir schicken damit schnell zu dir. Du Elefant, wie toll von dir kann man sein? Ja klar, schicken wir jemanden, um dir zu helfen. Ja klar. Auf jeden Fall. Okay. Bye, bis bald. Tschüss. Danke, bis gleich. Freunde, sie sind auf dem Weg, sie schicken jemand. Jetzt muss ich mich nur noch ganz ruhig bewegen. Rosa, die Cayman helfe. Mach ich immer gern. Wir gucken weiter fern. Tschüss. Auf zu Cayman, ich muss Cayman retten. Ich bin jetzt mein Flussjarag. Wo ist Cayman? Cayman! 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 Natürlich, ich hoffe, es ist nicht unten. Cayman! Cayman, wo bist du? Antworte mir! Was? Rosa? 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 Hier bin ich! Komm schnell, helf mir! Halt dich! Rosa! Komm mal! Oh mein Gott, du musst einen langen Stock suchen. Den hatte ich schon, der ist zu kurz! Schau mal da hinten an den Baum! Hier sehen wir! Gut, der ist gut, Rosa! Der ist perfekt beeilig! Ich sinke! Ich sinke hinein! Ja! Oh mein Gott! Hast du mich? Ja! Oh mein Gott! Zieh, 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 zieh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Du hast mich gerettet, Rosa! Oh mein Gott! Du hast mich gerettet, Rosa! Zieh, 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 zieh! Die ist runtergegangen! Guck mal, Rosa, ich hab sie hier vorne! Schau mal, Freunde! Hier ist sie! Ich hoffe, wir kriegen den Hinweis! Oh mein Gott, Freunde! Wir haben den Hinweis! Leute, der tropft! Guck mal, Rosa! Lass uns direkt heimgehen, oder? Geh leider nicht! Du musst es selber machen! Ich muss schnell nach Haus zu Jim and Ryan! Okay, ich verstehe das! Danke dir, Rosa, dass du mein Leben gerettet hast! Du bist die Beste, alles klar! Wir sehen uns! Tschüss! Wir nehmen jetzt Lucky und gehen zurück ins Hauptquartier! Auf geht's! Lucky, guck mal, was ich hab! Den Hinweis darfst du tragen! Let's go! Urlaub, Bruder! Es ist einstrengend! Ob man nicht alles für deine Freunde tut! Aber dafür werden wir dann gebraucht haben! Natürlich! So, ich bin fertig! Komm, Bruder! Weiß! Komm, ein bisschen weiterbauen! Wir müssen noch fertig werden! Wow! Oh mein Gott! 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 Woo Millionen! Oh my Gott! Oh mein Gott! level! Oh mein Gott! Was ist das? Das steht dann Oh Scheiße, so ein Mist, Mann. Grinch hat Wald. Das muss ich rechnen. Rosa, endlich bist du da. Grinch hat uns angegriffen. Was? Grinch hat uns angegriffen? Ja natürlich, dort liegen noch seine Waffen. Digga, der hat uns auf uns geschossen und dann hat er Wald zwei Rückhände gegeben und dann ihn weggeschleppt. Ich bin nicht mehr nachgekommen. Oh Gott, das geht gar nicht. Wir müssen was unternehmen. Ja, aber konntest du Kamin helfen? Ja, ich konnte ihm helfen. Er war fast runtergegangen. Echt jetzt gut? Na dann legen wir los und suchen Grinch. Okay. Rosa, Nerfpflaster. Pass gut auf ihn auf. Ich habe noch eine Idee. Was denn? Lass uns Kamin anrufen. Ja, das ist eine super Idee. Der kann uns sicher helfen. Komm, ruf mal ihn an. Okay. Es klingelt, Rosa. Mhm. Hallo Jungs. Hallo. Nicht mehr Jungs, sondern Junge. Wald wurde von Grinch entführt. Ja. Echt jetzt, Leute? Wurde er echt entführt? Ja, der hat uns angegriffen. Er hat uns beschossen. Junge, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Was kann ich jetzt machen für euch? Komm bitte her. Wir brauchen deine Hilfe. Koordinaten habe ich dir schon geschickt. Okay, Junge. Jungs, perfekt. Ich bin in 5 Minuten da. Wartet auf mich. Okay, danke. Okay, danke. Bye. Oh mein Gott, Gott sei Dank. Er kommt. Ich hoffe, Wald wird nichts passieren währenddessen. Ja, Wald muss überleben. Hey, krass. Erst wurde Lucky entführt. Jetzt Wald vom Grinch. Was geht ab? Ich bin froh, wenn ich helfen kann. Jungs, Mädels, was geht ab, Leute? Ehh, Carmen. Ja, was geht ab? Wo ist Wald, Mann? Wald ist echt weg? Wald wurde nicht fährt. Schau, Beweise liegt da hinten. Komm, zeig mir mal die Beweise. Komm jetzt. Auf gut. Schau mal, mit dem hat er auf uns geschossen. Der ist so gefährlich, dieser Idiot. Mit römischen Lichtern hat er auf euch geschossen? Ja. Verdammt, dieser Grinch ist einfach psychopart. Du hast recht, Mann. Er hat ihm einfach zwei Rückhände geklatscht und dann ist er unmächtig geworden und ihn weggeschleppt. Ich bin nicht mehr nachgekommen. Zum Glück bin ich hier und kann euch jetzt helfen, Mann. Jetzt sind wir zu dritt. Lucky ist in Sicherheit, macht euch keine Sorgen. Aber erst entführt er Lucky und jetzt noch Wild. Das wird das Schlimmste, ja. Fehlt nur noch, dass er euch zwei entführt, aber ich hoffe nicht, oder? Nein, nein, Mann. Ich sehe schon, ihr habt die neuesten Nerfblaster von Hasbro, Mann. Damit können wir auf jeden Fall den Grinch vernichten. Ich habe jetzt leider nur keine Idee, wo er sich aufhalten könnte. Ich habe aber dafür eine Idee. Oben in der Süd. Oben in der Süd? Ja, oben in der Süd, wo Grinch Lucky entführt hat. Ah, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Da, wo so viel Schnee lag. Genau. Da gehen wir jetzt direkt hin und befreien Wild, oder? Natürlich. Auf geht's, Attacke. Nein. 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 Da, wegzuziehen. Du bistisch lipa. Nein. Amen. Amen. So, ich hoffe, dass das ist es, kann man sich die schöne, wozu haben wir werden? Vielen Dank.